Ladies, darauf haben wir alle gewartet. Die erste Handtasche, die wirklich Sinn macht, die EIP Smart Bag. Perfekt organisiert, simply smart, das ist die Statement Bag, mit der ab sofort gute Laune angesagt ist. Wir alle haben ein und dasselbe Problem, nämlich dass wir ständig am Kram sind in unserer Tasche nach Telefon, nach Portemonnaie und nach Schlüssel. Aber das muss doch nicht sein. Mädels, ab sofort ist Schluss damit, denn jede eurer wichtigen Alltagsgegenstände hat ab sofort einen klar definierten Platz in eurer Handtasche. Das wurde erreicht mit einem durchdachten Anordnungskonzept, vor allem im Außenbereich der EIP Smart Bag. An der Frontseite habt ihr einen nahezu unsichtbaren, oval verlaufenden Zipper, zu dem ihr Zugang zu eurem Portemonnaiefach findet. Ja, und das findet ihr wirklich ganz easy Platz. Das ist wirklich speziell konzipiert für euer Portemonnaie, auch in solchen Größendimensionen passt das hier schwuppsdiwupps hinein und ist sicher verstaut. Auf der Gegenseite haben wir ein weiteres Fach und zwar speziell für euren Schlüssel. Und auch der findet hier ganz bequem und sicher seinen Zugang und auch hier ist das ganze super easy schnell verstaut. So, was brauchen wir noch? Wir haben Portemonnaie, wir haben Schlüssel und ganz wichtig auf jeden Fall das Telefon, logisch. Dafür haben wir an den beiden anderen Seiten jeweils ein Case vorgesehen, das speziell angedacht ist für euer Phone. Und das könnt ihr hier auch ganz leicht verstauen, wie man sehen kann. Ich empfehle euch natürlich eure EIP so zu tragen, dass das Portemonnaie Case zu euch zugewandt ist, damit ihr natürlich zum einen hier noch ein bisschen mehr Sicherheit habt für euer Portemonnaie und auf der Außenseite habt ihr dann hier wirklich immer super schnell Zugang zu eurem Schlüssel und natürlich auch wieder super schnell verstaut. Ja, auf der einen Seite könnt ihr hier euer Phone griffbereit verstauen, jederzeit griffbereit, super praktisch. Und auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, eure Powerbank zu verstauen. Schwuppsdiwupps ist das ganze verstaut. So, wie sieht es denn im Innenleben der EIP aus? Im mittleren Bereich haben wir ein verstärktes Case. Dieses ist speziell vorgesehen für euer Notebook oder auch für eure Dokumente. Und wie ihr sehen könnt, ist auch das Notebook super schnell verstaut. Und durch die über die Kanten verlaufenden Zipper haben wir hier natürlich noch mal einen extra komfortablen Zugang zum Notebook. Ja, weitere Dokumente wie zum Beispiel Briefe, Umschläge, was auch immer, findet hier außerdem Platz. Links und rechts davon haben wir zwei weitere großzügig gestaltete Möglichkeiten, Sachen zu verstauen. Hier findet ihr Zugang über einen Magnetverschluss. Und ja, im Innenleben haben wir hier auch nochmal diverse weitere Textilfäsche, wo ihr zum Beispiel euren Kugelschreiber verstauen könnt, Make-up, Kosmetikartikel, Parfüm, whatever. Hier habt ihr wirklich ordentlich Platz, eure Kleinigkeiten zu verstauen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier auch noch für eure Sunclasses. Jeder braucht eine Sonnenbrille. Ein spezielles Fach und das kommt hier hinein. Ja, weiterhin haben wir hier, wie gesagt, noch Platz für zum Beispiel euer Lieblingsbuch oder eure Maus oder whatever. Und das Ganze könnt ihr dann hier mit dem Magnet verschließen. EIP. Was bedeutet eigentlich EIP? EIP ist die Abkürzung für Everything is Possible und deswegen habe ich auch hier bei der Smartbag versucht, wieder einen Alles ist möglich Look zu kreieren. Und ich denke, das wurde auch gut umgesetzt durch den Einsatz von verschiedenen ausgewählten 100% veganem Leder, das zum einen sporty, aber auch clean und elegant daherkommt. Und das wurde erreicht und zwar durch den Einsatz im unteren Bereich durch Perforationskunstleder und im oberen Bereich haben wir ein weiteres schönes Leder im Stonewash-Effekt. Weiterhin wurde die EIP veredelt mit weiß abgesetzten Stripes. Dann haben wir hier unter anderem auch die EIP Metal Rings und die 3D Fabric Ribbons. Das Missy Rocks Logo findet hier auf der Frontseite im dezenten Look im Embossed Style seinen Platz. Weitere Style Flexibilität haben wir durch unsere smarten Click-Karabiner, mit denen wir ganz easy, je nach Anlass entscheiden können, gehe ich heute Sporty oder gehe ich heute doch elegant. So und deswegen können wir hier den sportlichen, längenverstellbaren Tragegurt ganz einfach hier links und rechts entfernen und haben dann blitzschnell den eleganten Handtaschenlook kreiert. Und genauso funktioniert es natürlich andersherum. Das heißt, beide Trageoptionen, egal ob elegant oder sportlich, sind austauschbar und abnehmbar. Mit der EIP habt ihr wirklich einen echten Arounder an eurer Seite. Ja, mit dem ist wirklich ein Dauer-Gute-Laune-Mode garantiert. Ich weiß nicht, was es jetzt noch zu überlegen gibt, aber Mädels, ich kann euch wirklich nur empfehlen, schnappt euch dieses tolle Organisationstalent im Smile-Look. Denn wenn ihr mal richtig hingeschaut habt, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass die EIP euch anlacht. Also Mädels, that's it. EIP Smart Rocks macht ab sofort euren Alltag richtig geil und smart.